Matheide, Freunde! Willkommen zurück bei Sky and Bones und einer weiteren Schatzkarte. Aktuell Karmangrove, davon gibt es ja mehrere. Jedenfalls steht ja im Text auch nur drin, Küste von Afrika und Karmangrove. Das ist alles, was wir wissen müssen. Und oben rechts sehen wir halt so eine Feuerstelle mit einem Totenkopf auf dem Stock und Pfeilen. Also erstmal Küste von Afrika, sollte klar sein. Dann haben wir hier unten Karmangrove und ich stehe jetzt hier wieder beim Schiff vom ersten Markt. Normalerweise läuft man ja hier hoch, das machen wir aber nicht. Wir laufen hier am Strand entlang und dann gleich nach rechts. Hier sehen wir nämlich unsere Feuerstelle mit den Pfeilen, die wir auch auf der Karte gesehen haben und können dann hier unseren Schatz ausgraben. Und da sehen wir es. Naja, ein paar Gusseisenbauen, 1600 Silber. Aber das Ding ist abgeschlossen. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.